Ah, was stimmt. Oh, Ecstasia. Ist der Samy Klaus? Ecstasia? Das Wochenende? Nein, ich bin krank, ich habe Fieber. Nein, das geht nicht. Arztzeugnis? Ja, ich rufe schnell den Doktor an, der kommt schnell vorbei. Ja, ich weiss auch nicht wer Zeit hat. Ich schaue mal. Moment. Was ist das? Das Wochenende. Gehts noch? Ist doch noch lange nicht Weihnachten. Das schaffe ich doch nicht. Arztpraxis Dr. Düsengreit. Sorry Samy Klaus. Ich sollte ein Arztzeugnis haben. Ja. Ja. Ja weisst, das Wochenende ist Ecstasia und ich... Ich mag nicht dorthin gehen. Jetzt ist... Ist nicht meine Zeit. Die lachen mich doch aus. Ja. Was Ecstasia ist? Ja du... Warte, ich schicke dir mal schnell... Schicke dir mal schnell ein Filmchen, was dort alles läuft. Das sieht cool aus. Du äh... Ich vertäte dich Samy Klaus. Ich gehe an die Messe. Genau. Kannst du dich auskurieren, die Glühwein abbauen. Dann kommt das gut. Ja man, das ist gut. Okay. Ciao Samy Klaus. Gute Beziehung. MitFiz. W photo. W photo. W photo. W photo. Vielen Dank.